so liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge von dark souls 2 ich habe kurz ein paar level also ich habe ein paar seelen gesammelt denn ich wollte hier unten die int auf 30 haben so jetzt haben wir da 30 den rest haben wir noch 47 sehen das ist ich glaube so bin ich aber von ewig nicht mehr gehabt so dann genau gehen wir jetzt hier dieses giftgebiet wo ich gerade ein paar lehen gesammelt habe ja und dann gehen wir da jetzt mal weiter ich habe noch nicht alles leer gewollt eigentlich noch gar nichts denn so oft war ich jetzt nicht hier und lass mal gucken genau ist alles noch da die sind noch da die sind noch da die andere da oben ist noch aber da ist noch da ist auch da die schmeißen alle dann ihr feuerwerk darunter so dann wollte ich einmal genau ich nehme erst mal hier meine gift sachen ach die habe ich dort von drin gut blitz nehme ich dann mal raus so dann nehme ich mal da mein äh gibt zeug ich gehe mal so genau mal sehen warte mal äh fackel fackel ich will noch eine fackel haben ähm die machen wir wir haben doch hier einfach ein leuchtfeuer warum soll ich da so ein ding jetzt verbrauchen wenn ich hier die fackel doch anmachen kann die fackel das dauert so lange jetzt knapp drei stunden so dann würde ich sagen einfach mal hier und da na gut so hui so genau jetzt kann ich einmal so das mal gucken genau da kommen wir hier hinter uns hoch die säge da haben wir ja ja ok äh eine kiste haben wir hier da 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 das da ja da das da 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 immer hier da ich da einfach So was kann ich auch dann irgendwo mal kaufen. Ne, hier geht es echt nur diesen einen Gang lang, wie ich sehen kann. Okay. Dann gucke ich mal, wo es hier lang geht. Dann warte ich erstmal, bis das Gif unten ist. So, fängt das jetzt hier von vorne an. Eine Seele, okay, und es geht hier rum, äh, Einfallsdienstpunkt, okay, und dann kommen wir hier hin, gut, das war erstmal das, das war jetzt nicht so besonders, was wir hier gefunden haben. Aber gut, Bums, und dann machen wir hier Feuerwerken. Ähm. Ich mach mal, der ist ein Heiliger bei da rein. So. Wer kommt denn da, wer kommt denn da, Moment. ich kann sich gleich wieder hinlegen, Alter. Da kommt der grüne Halt. So. Der hat was. Moment, ja. so. Äh. Glatterseitiger. Das kommt irgendwo von da oben, aber so komme ich ja nicht. So, nachdem wir dann hier wieder hoch können. Aua, du Idiot, was war das? Hahaha. Würde ich sagen. Ui. Was haben wir denn hier? Titanitfärbel. Und? Titanitfärbel. Alter. Ja, ich weiß, was das hier wird. Chameleon. Drachenamulett. Moment. Äh. Eine Waffe. Titanitfärbel. Moment. Ich trink erstmal was. So. Oh. Da ist ja noch was. Titanitfärbel. Alles klar. Ich wollte da noch einen Tunnel. Aber ich muss jetzt mal hier raus. Halte. So, ja. Hier ist was los. So. Hm. Buh. Beinah hat er reingeplumpst. Da war ich auch schon mal drin. Ähm. 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 Was haben wir denn? Steine? 91. Könnte ich nehmen. Die kann man ja nach und nach auch dann mal kaufen, falls man welche wirklich brauchen sollte. So. Ähm. Dann. Ja, gucken wir mal hier. da ist nichts zu erkennen aber wo kommt denn das ganze her immer so dann gucke ich mal da also ich muss ja wieder meine fackel haben wir machen eine fackel an da war nicht lange drum gefackelt oder so wenig nein hier sind die anderen auch wieder da ich wollte doch nur jetzt sind die anderen auch wieder da das wollte ich jetzt echt nicht heute eigentlich war ja ich weiß das kannst du gut da oben ein feuerwerk loslassen ja hat mich ein wenig getroffen das feuerwerk nein verkehrt genommen na gut hallo grüner halk aber ja genau so wollte eigentlich dann erst den grünen nehmen hallo aufheben menschenbild und ne große titan die färbe aber hier geht auch da hat was wein gelassen ein giftstein na gut ach man ne da unten geht es echt nicht weiter dann gehe ich noch mal alles wieder auf und dann kann man mal hier lang gehen ich nehme mal zur sicherheit den großen so da ist einer hinter so wozu brauche ich den alles klar das hättest du gerne was warte mal kann ich nicht hier irgendwo aber guck mal da liegt doch was dann äh komm mal hier großer na komm ich hab hier nein ok danke seele eine pike ein großschild eine fackel genau ich habe aber noch nicht genug wenn ich so viele äh duftzweige kriegen würde wie die äh packen hier aua hat mich doch noch getroffen also glaubt ihr wenn ich das äh an die anderen sachen gekriegen würde duftzweige 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 was ich hier an fackeln habe ey das wäre es ja so ne warte mal jetzt muss ich huch warte mal wo war das denn jetzt das war noch ein bisschen hier vorne naja hier hier muss ich jetzt und da war ich doch von da bin ich die kiste noch aufgemacht stimmt da bin ich von unten gekommen das war ja mal ganz flau gut dann gehen wir jetzt hier rein so ach du heilige ja 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 die quatschen dich da so in die ecke rein wie sollst du denn da jemals wieder rauskommen das geht doch gar nicht das ist so gemein da fällt so den kleinen sprung darunter und kommt dann nicht wieder zurück gut hier wieder rum dann müssen wir gleich der durchlaufen mit gehe und dann so dass man gar nicht lange erwarten hier war ja genau warte doch einfach ab hier also wie viele sind das denn hier geht's hoch moment moment nein vielleicht das jetzt hier oja oja einer von den davon gefährlich aber er hat mich er will ja so was wieder einer weniger ja heb mal dein arm hoch das ist nicht so gut ach klar der geht auch weg dann immer mein so der ist noch da an der dicke und die katze die tobt man darum so was hat der verloren eine grüne blüte und sonst sehe ich hier nichts leben stein fünf konnten alle mitnehmen mit 95 ein benutze ich mal dann ist da noch eine bretterwand vor und die hauen wir auch weg einfallspinsel gewürzt na gut ja hallo nein der ist nicht mehr und der wagen hier so von da kam ich da geht es nicht wieder zurück dann geht es hier hoch da ist auch noch was große titanid färbe einmal ok das sieht so komisch aus hier dann müsste das da hinten weitergehen also wo ich noch was auch hier kann ich noch was aufmachen da scheint weiter zu gehen hier ist noch was ein gewürz naja gut was haben wir denn hier die italien färbe der haut da sein kopf gegen die mann wieder das ist jetzt dann herr steiner des etwas gut das habe ich jetzt von unten gesehen ein versteinertes etwas versteinertes etwas ein unbekanntes verstandertes objekt angenehm zu berühren trotz seines aussehens dann gehen wir den weg hier weiter aber es war den außen weg so und dann müssen wir hierdurch heilige maria so jetzt brauche ich hier unten einen schmetterling ein das sind die dinge hier genau auch für zehn stück kammer da ok ein komm mal verwenden bitte fahrer machen so streichwitzel ach gott und war ok gut das war jetzt nicht der richtige weg aber wie soll ich denn sonst zurückkommen was soll denn da oben wieder runter das muss ich ja die dicken noch mal machen also ich kann auch versuchen gut auszuweichen und dann ok hallo hallo da liegt noch was überlegt da noch was aua hat er gleich doppelt getroffen schwein und der moment moment ich bin gleich fertig mit dem dann könnt ihr auch noch kommen so der war der war nicht so toll ja ich weiß ihr könnt ja auch macht der kleine kubel ja da steht da war ja den kriegt er nicht kaputt Moment! Moment! HA! Aua! So, erstmal ein weniger Ja ist gut Ach der kleine ist auch wieder vorbei Äh, da habe ich nichts mehr Moment! Aaaaah Uah Das war aber sehr, sehr knapp Ja genau Der kleine griff mich So Oh, waja Da war die Rampe im Wege So Und der ist auch wieder weg Dann können wir erstmal wieder was schlabbern So Da ist nix Aber wieso lag denn oben noch einmal was? Das ist ja merkwürdig Ich dachte ich hätte alles mitgenommen So, da ist nix Da ist auch nix Aber hier liegt noch was Eine große Eine große Seele und ein schimmernder Lebensstein Na ja Haben wir das doch letztes Mal übersehen So Jetzt muss ich den hier wieder platt machen So, hier liegen dann meine anderen Seelen Hier geht leider nicht da wo ich dachte Gut Dann kann man ja ganz sicher wieder hier runter gehen Und hopp So Dann muss ich jetzt diesen Wegchen Oh Gott ey Dieses Feuer Ja, nein Moment Mein Stab muss ich raus holen So, der gibt mal ein 100 Dann Haben wir da noch was großes? Nein, der kommt wieder So Jo Jo Ich war auch bei dem schon mal angelockt hab' Hier Eingelockt Ja Vorsicht Ach Auch wieder alle Ähm Ähm Gut Dann komm du mal her Haha Kann ich dich hier rein locken? Ne 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 Der will da nicht rein plumpsen. Ach du kleiner Hammerbruder! Au! Hat er mich doch noch ein bisschen erwischt. So. Hammerbruder, du bist immer... So. Lass mal sehen. Hier oben, ja. Oh, der ist vergiftet, der ist schon mal vergiftet, haha. Wie lange hält das bei dem jetzt an? Oh, guck mal hier, Abzug, Abzug und Wiedersehen. Ja! Die ist ja nicht färbel, mal wieder. So. Alter, da draußen sind auch so viele Krüge. Ja, genau. Lauf du mal da durch und vergiftet dich noch mehr. Du bist ja so toll. Und warum hau du mit dem Hammer dahin? Da ist doch gar keiner. Ja. Toll. Kann man mal gucken, ob er was fallen gelassen hat. Nein, hat er nicht. Gut. Ich bleib mal hier unten, guck hier nochmal die Krüge rein. Haha. Mein Krüge. Versteht ihr? Mein Krüge. Ja, lustig. Da ist aber nichts drin. Nur was grünes. Was ist das? Erbsensuppe? Giftige grüne Erbsensuppe. Da ist eine Leiter. Die können wir von da oben runter gehen. Alles klar. Irrenspitze. Ja. Und da ist schon gut. Wo kommt der denn her? Lauf du mal hier durch, bitte. Uff. Hallo, hallo, hallo. Der vergiftet sich gar nicht. Ja, genau. Dreh du mal hier voll auf, ne? So. Ich habe mich ein klein wenig ergiftet. Aber das macht... Achso. Wir können auch die Leiter dann hier hoch gehen, wenn es sein muss. Moment. Wie hoch geht denn? Naja, bis das erstmal abgelaufen ist, ist doch auch wieder eine Zeit. Da kann ich dann in der Zeit... Ich weiß, hier ist das Erntetal, hier wird was geerntet. Haha. So. Dann können wir eben auf die Saat hier hoch. Und auch hier ist was grünes drin. Au, das macht so ein Hammer. Ja, genau. Bitte, 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 bitte. Äh, bitte was? Äh. Äh. Okay. Wow, den gleich mit einmal sofort. Äh, trinke was hier. So, Moment. Na ja, gut, was soll's. Äh. Haltgegenstand, den nehmen wir doch mit. Tietan, die Färbel. Kann man immer gebrauchen. Gut. Das weiß ich zwar nicht, wo der herkommt, aber egal. Ähm. Ähm. Ah, alles so giftgrün hier, ey. Das ist ja schrecklich. Äh. Boah. Ey. dieser Nebel hier. Moment. Die sind doch genommen. Einmalig. So. Au. Da bist du ja, du alte Schlampe, du. Äh. Habe ich Schlampe gesagt? Wollte ich nicht. Moment. Schade. Mein letzter 3. Meine. Uh, das Nebel. Kann. Äh. Was machen wir denn hier? Du hast ne Kiste. Ach du Scheiße. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Jetzt lässt er mich nicht durch. Ah. Na toll. Äh. Moment. Du. Äh. 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 Der Mann ohne Kopf wirft auch noch Pfeile nach mir. So. Und da krabbelt jemand. So. Oh Gott. Äh. Äh. Tragen Amulett und ein Dämmerungsgrau. So. Da sind auch die giftigen Insekten. Pinsel. Giftigen. Was auch immer. So. Äh. Wolli. So. Äh. Wolli. Man weiß ja nicht. So. Dann machen wir hier mal die Kiste auf. Hoffen mal, dass das ne echte ist. Nein, ne Falle. Gut. Und natürlich ne Fackel. Oh Gott. Ich äh, brauche doch was anderes. Dieses äh, komische Zeug. Wie heißt das? Äh. Äh. Ich hab vergessen. Äh. Ich weiß nicht, was hier der Nebel ist. Könnte ein Boss sein. Kann auch kein Boss sein. Ähm. Moment. Hä? So. Ich würde sagen, ich geh erstmal wieder ans Lagerfeuer. Geh nämlich wieder zurück und verabschiede mich erstmal. Hab lange die Kinnrolle aufgenommen. Haha. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.